Werner Liebrich war ein deutscher Fußballspieler, Trainer und Fußball-Weltmeister von 1954. Mit 336 Liga-Einsätzen ist der Stopper im damaligen WM-System der Rekordspieler des 1. FC Kaiserslautern in der Fußball-Oberliga Südwest. Fußballkarriere Sein Heimatverein war der 1. FC Kaiserslautern, für den er ab 1938 als Jugendlicher aktiv war. Erstmals in der Kriegsrunde 1943-44 lief er in der 1. Mannschaft von Kaiserslautern, welche in der Gau-Liga Westmark eingereiht war, auf. 1951 und 1953 wurde er mit dem FCK Deutscher Meister. Nach Ende des 2. Weltkriegs zählten die Liebrich-Brüder Ernst und Werner. Torjäger Werner Basler und Verteidiger Werner Kohlmeier zu den Männern der ersten Stunde. Um die herum der am 28. Oktober 1945 aus der Gefangenschaft zurückgekehrte Nationalspieler Fritz Walter als Spielertrainer eine neue Mannschaft aufbaute. Ab der ersten Runde 1945-46 gehörte Werner der Stammbesetzung der späteren Walter Elf an. In diesen Jahren gehörten auch Grumbär-Spiele gegen Vereine auf dem Land gegen begehrte Naturalien wie Kartoffeln, Kraut, Tabak und Kohle zum festen Programm. Mit dem Team um Spielmacher Fritz Walter stand der jüngere Liebrich-Bruder bereits am 8. August 1948 in Köln im ersten Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Mit dem vier Jahre älteren Bruder Ernst und Heinz Klee bildete er dabei im damals üblichen WM-System bei der 1-zu-2-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg. Die Läuferreihe der Walter Elf. Im Jahr danach 1948-49. gewann er in der Endrunde mit dem FC Kader das Spiel um Platz 3 mit 2-zu-1 Toren gegen Kickers Offenbach. In der Endrunde 1949-50 scheiterten Liebrich und Kollegen in der Zwischenrunde am späteren Deutschen Meister VfB Stuttgart. Nach den Erfolgen 1951 und 1953 gehörte er auch noch den lauterer Teams an, die 1954 und 1955 jeweils das Finale gegen Hannover 96 bzw. Rot-Weiß Essen verloren haben. Von 1948 bis 1958 hat der Stopper und Mittelläufer für den FCK in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft 44 Spiele absolviert. In der damals erstklassigen Fußball-Oberliga Südwest feierte er mit Kaiserslautern von 1948 bis 1957 neuen Meisterschaften. Lediglich 1952 unterbrochen durch den 1. FC Saarbrücken. Statistisch werden für den Kopfball-Staaten-Organisator der Lauterer-Defensive 336 Oberliga-Einsätze mit 28 Toren von 1945 bis 1962 festgehalten. Seinen letzten überregionalen Auftritt mit dem FCK hatte er als 34-jähriger Senior im DFB-Pokal des Jahres 1960-61. Er führte den neuen FCK durch Erfolge gegen Haider SV Tasmania 1900 Berlin und im Halbfinale mit einem 2-1-Auswärts-Erfolg bei Hamburg 07 in das Finale. Dies fand am 13. September 1961 an einem Mittwochabend unter Flutlicht in der Schalker Glückauf-Kampfbahn gegen den SV Werder Bremen statt. Werder, trainiert von Georg Knöpfle und im Mittelfeld angeführt von Dirigent Willi Schröder, gewann das Spiel mit 2 zu 0 Toren. In der Oberliga Südwest datiert sein letzter Oberliga-Einsatz für den FCK vom 25. März 1962 bei einer 0 zu 2 Auswärts-Niederlage beim FK Pirmasens. Kaiserslautern belegte den vierten Rang und der letzte noch aktive Weltmeister hatte nochmals in 20 Liga-Einsätzen mitgewirkt. Sein tatsächlich letztes Pflichtspiel absolvierte er am 1. Juli 1962 während der Inter-Toto-Runde beim Rückspiel gegen die ungarische Elfe des SC Tatarbanja. Danach beendete er seine aktive Spielerlaufbahn. Die Stärken des lautere Abwehrdirigenten waren seine Disziplin, überlegtes Spiel, Pässe in den freien Raum und wuchtige Kopfbälle. Wenn dem FCK eine Niederlage drohte, gab er mit seinen Vorstößen das Signal zur Aufholjagd. Er interpretierte in seine Rolle als Stopper mehr hinein als seine Vorgänger. Man kann vielleicht sagen, dass er so etwas wie ein Vorgänger des späteren Libero war. In der Zweikampfführung war seine Spezialität das nahezu perfekte seitliche Hineingräschen in den Gegner. Er spielte als Mittelläufer von 1951 bis 1956 16 Mal für Deutschland. Neben Fritz und Ottmar Walter, Werner Kohlmeier und Horst Eckel war Liebrich einer der fünf Spieler des 1. FCK. Die 1954 DK Sekunden Wunder von Bern schafften und mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Fußball-Weltmeister in der Schweiz wurden. Der lautere Stopper gehörte nicht zur DFB 11. Die am 22. November 1950 in Stuttgart mit einem 1 zu 0 Erfolg die Länderspielgeschichte nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder eröffnete. Sein Debüt fand am 17. Juni 1951 in Berlin beim Länderspiel gegen die Türkei statt. Er spielte bei der 1 zu 2 Heimniederlage mit der Läufer und wurde assistiert von den zwei Außenläufern Jo Posipal und Hans Haferkamp. Bundestrainer Sepp Herberger setzte in der Folgezeit aber auf den Hamburger Posipal als Abwehrchef und Liebrich kam vor dem WM-Turnier 1954 in der Schweiz lediglich noch zu zwei weiteren Länderspielberufungen. Am 5. Oktober 1952 in Paris gegen Frankreich und am 28. März 1954 in Saarbrücken beim WM-Qualifikationsspiel gegen das Saarland. Während der Weltmeisterschaft in der Schweiz lief der lauterer Stopper zu bestechender Form auf. Bereits im Viertelfinalspiel in Genf gegen Jugoslawien zeigte er eine herausragende Leistung. Beim 2 zu 0 Erfolg gegen die Dauroffensive der Plavi mit deren international geachteten Angreifern Milosz Milutinovic, Raiko Mittig, Stiepan Bobik, Bernhard Vukas und Branko Zebek wurde er von Bundestrainer Herberger als Fels der Abwehr gelobt. Er wuchs von Spiel zu Spiel an seinen Aufgaben und gehörte im Finale zu den Besten. Nicht nur durch sein starkes Kopfballspiel war er der Fels in der Brandung. Nach dem Endspiel wurde er von Sportjournalisten zum Stopper des Turniers gewählt. Die Zweikampfszene von Liebrich im Vorrundenspiel am 20. Juni in Basel bei der 3 zu 8 Niederlage gegen den WM-Favoriten Ungarn. Durch die Verenig Puskas anschließend bis zum Finale verletzt ausfällt, beschreibt Fritz Walter in seinem Buch 3 zu 2 mit den Worten. Werner schlittert in ein Dribbling von Puskas. Mit dem Oberkörper wirft er den Ungarn um, der das Pech hat beim Sturz mit dem vollen Körpergewicht auf seinen umgeknickten Knöchel zu fallen. Liebrich hat Puskas, das muss ausdrücklich festgestellt werden. Nicht durch einen regelwidrigen Schlag oder gar durch einen absichtlichen Tritt verletzt. Dass er die Folgen seines harten Remplers mehr als jeder andere bedauert, ist ganz selbstverständlich. Horst Eckel hält zu dem Zweikampf fest. Fritz und Werner kamen herein. Im Buch Die Geschichte der Fußballnationalmannschaft ist dagegen eine eindeutig negative Aussage aus der Zeitschrift Die Welt zu Liebrichs Foul. Festgehalten. Ohne Notwendigkeit rechte er sich an Puskas. Er rechte sich einfach dafür, dass dieser großartige Spieler der bessere Mann war. Diesen Liebrich sollte man nie wieder in eine Nationalelf stellen. In späteren Jahren gab es aber freundschaftliche Begegnungen der ehemaligen Konkurrenten der Weltmeisterschaft 1954. Unter anderem fand im Juni 1994 in Baden-Baden ein Klassentreffen aller fünf ungarischen und acht deutschen Überlebenden von Bern statt. Eine überragende Leistung wie in der Schweiz lieferte Liebrich am 1. Dezember 1954 in London im mit 100.000 Zuschauern gefüllten Wembley-Stadion bei einer 1 zu 3 Niederlage gegen England ab. Er stoppte nicht nur auf Seiten des Gastgebers Mittelstürmer Roni Allen, sondern half andauernd dem auf der linken Verteidigerposition gegen Stanley Matifs überforderten Kohlmeier aus. Bundestrainer Herberger würdigte seine Leistung anschließend mit den Worten Werner, der Wümpel der Engländer gehört ihnen. Sein 16. Länderspiel am 21. November 1956 in Frankfurt gegen die Schweiz. Wurde zu seinem letzten Auftritt in der Nationalmannschaft. Nicht nur wegen der 1 zu 3 Niederlage war es ein Tiefpunkt der DFB 11. Als der Titelverteidiger 1958 in Schweden antrat, gehörte der WM-Stopper von 1954 nicht mehr dem Kader an. Herbert Herr hat aus Fürth nahm jetzt seinen Platz ein. Von Februar 1965 bis Saisonende 1964-65 trainierte er als Interimstrainer den 1. FC Kaiserslautern und belegte mit ihm in der Bundesliga den 13. Tabellenplatz. Liebrich hatte nach der 1 zu 3 Heimniederlage am 20. Februar 1965 gegen Borussia Dortmund vom vormaligen Cheftrainer Günter Brocker das Traineramt der Betzenbergilf mit Spielern wie Gerd Schneider, Helmut Kapitulschi, Willi Reitgassl und Winfried Richter übernommen. Am letzten Rundenspieltag sicherte sich der FCK mit einem 2 zu 1 Auswärtserfolg beeintracht Frankfurt den Klassenerhalt. Zur Saison 1965-66 übergab er die Bundesliga-Elf an seinen Nachfolger Güler Lorand. 1971 übernahm er die Trainingsleitung bei den FCK-Amateuren. Leben Liebrich entstammte eine Arbeiterfamilie und sein Vater Ernst Karl war Sturkateur und von den Nazis verfolgter Kommunist. Seit dem 28. Oktober 1933 saß er in Untersuchungshaft und wurde zu einem Jahr und zehn Monate Gefängnis verurteilt. Die gegen die Brüder Ernst Karl und Alois Liebrich ergangenen Urteile wurden 1949 und 1950 aufgehoben. Nach der Verhaftung des Vaters lebten die zwei Söhne Ernst und Werner mit ihrer Mutter in größter Armut und waren auf die Hilfe von Verwandten und Bekannten angewiesen. Noch schlimmer war, dass sie wie Geächtete behandelt wurden. Die Liebrichs sind die einzige FCK-Familie, in der sich mit Vater Liebrich ein Clubmitglied nachweislich dem politischen Widerstand gegen die NS-Diktatur zu rechnen lässt. Werner Liebrich wurde 1944-45 zu Schanzerarbeiten an den Westwall kommandiert, sein älterer Bruder Ernst rückte 1942-43 zur Marine ein. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war Werner bis 1956 fairbeamteter Postbeamter und betrieb später eine Totolotto-Annahmestelle in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern. Agierte er auf dem Spielfeld mitunter als Heißsporn, wird ihm daneben die Charaktereigenschaft eines ausgeprägten Gerechtigkeitssinnes zugeschrieben, womit er selbst Bundestrainer Herr Berger zur Weißglut treiben konnte. Er hatte einen trockenen, zum Sarkasmus neigenden Humor. Liebrich, der Jephahrer oder der Rote, gerufen wurde, starb am 20. März 1995 nach einer Herzoperation. Zehn Jahre nach seinem Tod wurde nach ihm eine Straße im FCK-Nachwuchszentrum auf dem Fröner Hof benannt. Sonstiges Im Spielfilm Das Wunder von Bern wird Liebrich von Andreas Beth dargestellt. Siehe auch Deutschland bei der WM 1954 in der Schweiz.